In diesem Video möchte ich gerne zeigen, wie ich zwischendurch Oliven einlege. Dafür braucht man verschiedene Kräuter, Oliven, Knoblauch. Diesmal habe ich zwei Gläschen genommen, also brauche ich ein größeres Gefäß. Oliven abgetropft, Knoblauch rein, Kräuter. Ich habe Majoran genommen, Schnittlauch, dann eine Schicht Oliven. Dann wieder Kräuter, Basilikum nehme ich auch gerne, eine Schicht Oliven. Jetzt kommen wieder Kräuter rein und zum Schluss mit Olivenöl schön aufgießen, sodass alle Oliven gut bedeckt sind. Je weniger Flüssigkeit und Sauerstoff, desto länger halten sich die Oliven vorbei. Bei uns bleiben sie nicht lange stehen. Guten Appetit!